Die Richter in Münster waren deutlich, in der AfD würden Menschen herabgewürdigt. Dafür gäbe es ausreichend Anhaltspunkte. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei deswegen gerechtfertigt. Ein Urteil gesprochen im fernen Münster. Hier liegen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass die AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Und zwar solche, die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen gerichtet sind und auch gegen das Demokratieprinzip. Die Brandenburger AfD kritisiert die Entscheidung nicht nur, sondern stellt die Unabhängigkeit der Justiz infrage. Es wurden hunderte Beweisanträge der AfD abgelehnt. Die Innenministerin ist froh, die AfD weiter beobachten zu können. Da sehen wir, in Münster ging es nicht um eine Abwägung, sondern um eine politische Entscheidung. Unsere Wähler wollen, dass politische Probleme gelöst werden. Dafür werden wir weiter kämpfen. Wir werden uns von staatlichen Institutionen nicht einschüchtern lassen. Später relativiert AfD-Landesvorsitzender Springer seine Aussage. Mit staatlichen Institutionen sei der Verfassungsschutz gemeint. Die SPD im Brandenburger Landtag ist froh über die Entscheidung. Die AfD steht für den Abbau von Sozialleistungen, steht für die Kürzung von Subventionen für Landwirte, verfolgt wilde Remigrationsfantasien und klagt vor allem hier in Brandenburg auch gegen das Brandenburg-Paket. Das werden die Menschen hier in diesem Land auch merken und gehen davon aus, dass es der AfD dann auch mehr schadet. Das Gerichtsurteil entlasse die anderen Parteien nicht aus ihrer Verantwortung, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, so die CDU. Mir ist eigentlich wichtiger, dass wir anderen Parteien uns weniger um die AfD bewegen, sondern wir müssen uns eigentlich mehr mit dem beschäftigen, was die Menschen umtreibt. Und wenn die Menschen Probleme fühlen und spüren, dann müssen wir die ernst nehmen und dann müssen wir die lösen und uns weniger mit der AfD beschäftigen, sondern eher mit den Menschen. Die Linke hofft nun, dass die Diskussion um ein Verbot der AfD wieder an Fahrt gewinnt. Wir finanzieren mit Steuergeld eine Partei, die am Ende die Demokratie, in der wir leben, abschaffen will. Und das darf man eben nicht mehr zulassen. Und deshalb muss es jetzt weitere Schritte geben. Wir sind klar dafür, das Verbotsverfahren jetzt anzustrengen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir trotzdem eine andere Politik, weil damit am Ende bekämpft man am besten die AfD. Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. Aber die AfD kann vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Nicht-Zulassungsbeschwerde einlegen. Mein Kollege Martin Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat sich jahrelang mit der AfD beschäftigt und war heute auch in Münster dabei. Nun steht fest, die AfD darf weiter als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet werden. Sehen Sie denn eindeutige Hinweise darauf, dass die Partei auch rechtsextreme Züge hat? Die Richter haben in Münster sehr klar gesagt, es gibt tatsächlich Anhaltspunkte dafür, dass die gesamte Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet. Und deswegen darf der Verfassungsschutz sie auch beobachten. Da geht es zum Beispiel um die Menschenwürde, ob Staatsbürger mit Migrationshintergrund in den Augen vieler AfDler überhaupt auf einer gleichen Ebene gesehen würden wie deutschstämmige Staatsbürger. Da unterscheiden viele. Und da sagt auch der Richter, da gibt es Anhaltspunkte, dass die Partei da vielleicht langfristig unterscheiden könnte. Und unterschiedliche Rechte diesen zugestehen könnte. Das ist ein erheblicher Punkt, den der Richter immer wieder erwähnt hat. Es geht auch um die Rechte von Minderheiten, beispielsweise Muslimen, ob die die gleiche Religionsausübungsrechte bekämen langfristig. Also verschiedene dieser Punkte hat der Richter sehr, sehr klar in seiner Urteilsbegründung ausgeführt. Könnte denn dieses Urteil einen Einfluss haben auf ein möglicherweise bevorstehendes AfD-Verbotsverfahren? Also die politische Forderung, die wird jetzt natürlich erst mal wieder lauter. Darüber wird diskutiert. Aber der Richter hat sehr klar gesagt, ich habe hier nur über diesen Verdachtsfall geurteilt. Und da liegen andere Maßstäbe an, als wenn wir über ein gesichert rechtsextreme Partei reden müssten oder eben über ein Parteiverbotsverfahren. Das wäre dann ein neues Verfahren. Das müsste dann gesondert geprüft werden. Darauf hat der Richter großen Wert gelegt. Kommen wir mal kurz nach Brandenburg. Hier hat die AfD auf den Vorwurf bzw. auf den Hinweis, dass der Verfassungsschutz sie als rechtsextremistischen Verdachtsfall ja längst beobachtet, immer reagiert, dass das eine politische Willensbekundung ist und dass der Verfassungsschutz als Teil des Innenministeriums ja politisch einen Gegner bekämpft. Macht man es dem, der AfD, der Partei auch zu einfach, indem man den Verfassungsschutz dem Innenminister direkt unterstellt? Das ist ja die Erzählung, die auch die Bundespartei auch heute nach dem Urteil wieder anstrebt, wo immer erzählt wird, der Verfassungsschutz ist nur politisch auf uns angesetzt. Das sind eigentlich nur die politischen Gegner, die nicht anders wissen, sich zu helfen. Das Ding ist nur, in Deutschland kann man sich dagegen wehren. Wir leben in einem Rechtsstaat und man kann dann vor Gerichte ziehen, wenn man sagt, das passt uns nicht. Wir beschweren uns, weil wir uns im Recht sehen. Gerichte überprüfen das. Und heute ist das in zweiter Instanz geschehen. Und die AfD hat klar verloren. Und insofern fällt auch diese Verschwörungserzählung irgendwann herunter und bricht zusammen, weil Gerichte sehr klar sagen, es ist keine Verschwörung, sondern das geht mit rechten Dingen zu. Und daran muss sich die AfD dann auch halten. Danke nach Berlin. Danke, Martin Schmidt, für diese Einschätzung. Bitte. Danke, Martin Schmidt, für diese Einschätzung.